Die neue Tree Sleeve Routentasche aus dem Hause Fox von der Royale Serie ist passend für 13 Fußrouten mit einer Länge von 2,03 Meter ausgestattet mit stark gepolstertem Tragegurt, sowohl als auch zwei separat angebrachte links und rechts Haltegriffe, die auch noch mal stark gepolstert sind. Die Routentasche hat im Hinterbereich eine separate Tasche, die sich zweimal unterteilt, einmal sozusagen für Banksticks oder hier gesondert eine isolierte Tasche für Kescherstock und nasses Keschernetz. Gesichert werden kann der Kescher noch einmal hier mit einem separat angebrachten Klettverschluss. Die Tasche selbst ist ausgestattet mit unserem 10 Millimeter starken Reizverschlusssystem, bietet hier genügend Platz für jede große Rolle. Im Innenbereich bringen wir drei Stück 13 Fußrouten unter, die voneinander noch einmal geschützt sind. Die Routen können separat noch einmal gesichert werden mit einem Klettverschlusssystem. Unsere neue Royal 3 Sleeve Routentasche. Wollt ihr mehr Videos von Fox International sehen? Dann klickt den Link hier und um immer auf dem Laufenden zu bleiben und unseren Kanal zu abonnieren, klickt den Link hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.